Mein kleiner Nike 350 Flynet. Hallo, ich bin Benni, der kleine Nike 350er Flynet. In diesem Haus wohne ich mit meiner Nike-Familie. Heute darf ich im Garten spielen. Das sind Hansi und Coco, die Nike Free Flynets. Sie gehören auch zur Nike Free Familie. Jeden Morgen begrüßen wir uns. Es macht Spaß, im Garten zu toben, denn er ist sehr groß. Die Nike Flynets freuen sich über die schönen Blumen. Hier können sie fleißig Nike Flynet sammeln. Nanu, wer ist denn da auf meiner Sohle gelandet? Flieg doch wieder los, kleiner Nike Flynet. Heplonek!